Traumjob-Schiedsrichter? Im brasilianischen Cascavel hatte der Schiri zunächst offenbar geschlafen. Nach kurzer Besprechung mit dem Kollegen steht dann aber fest. Platzverweis für den Spielerrüpel. Und weil der es offenbar nicht verstehen will, gibt es zur Karte noch die Klatsche. Das allerdings finden die Mitspieler nicht gerecht und außerdem einer gegen einen. Das ist doch unfair. Was jetzt folgt, beeindruckt die Trainer und Zuschauer gleichermaßen. Der Schiri flitzt und der Mob hinterher. Schließlich hat der Mann in Gelb keine Lust mehr und verlässt die Trainer. Den Platz. Schiedsrichter-Fazit. Wer gute Karten hat, sollte in Brasilien zugleich einen guten Lauf haben.